So Leute, endlich im neuen Haus an... Kinder, kommt! Warum wartet ihr denn da? Hallo, Pepe! Ach, Opa, Digga. Hey, hey! Scheiße, was hast du da geboren? Einer hässlich als andere! Sag mal, das sind deine Urenkel! Ich, ich! Oh, 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 oh! Äh, Achmed! Warum hast du Affen gewonnen? Warum? Ähm... Ja, ist ja auch egal. Wie kommt ganz nach deiner Mutter? Kommt mal mit, Leute. Ihr wisst es ja nicht, ihr seid neu geboren. Ich weiß zwar nicht, warum ihr... Aua, aua, hallo? Ganz ruhig, ganz ruhig. Sag mal, spinnst du hier, Aua? Hör auf zu heulen, Junge! Er töte sein Kind. Danke, Papa, danke, Papa. Ich hab dich lieb, kleiner Achmed. Und dich auch, kleiner Al. Ganz schwul sind die alle! Hey! Hör auf, Opa! Das ist immer noch Familie. So, und jetzt kommt man mit. Und in der Familie darf man sich küssen. Opa? Opa, guck mich mal an. Ja, aber ich werd hier geschlagen und nicht geküsst. Hallo. Hey, Jungs, ja, alles gut, komm. Ich geh erst mit, wenn ich nicht geschlagen werd. Was machen wir hier? Was hast du grad gesagt? Ey! Ey! So, hätten wir das auch geklärt. So, dann kommt man mit zum neuen Haus. So, Kinder, sieht das Haus nicht mega krass aus? Ey! Ein guter Haus! Ey, bleib hier, Alf! Alf, wir gucken uns das jetzt gemeinsam an. Seht ihr das? Lax Ferrari! Nein! Nein! Porsche Cayman S! Ich fahr, ich fahr, ich fahr! Ey! Alf! Alf! Alf, aussteigen, aussteigen! Alf, ich schieß dich ab! Okay! So, der bleibt in der Garage, Leute. Da hab ich sehr lange für in meiner WhatsApp-Gruppe drin gechillt. Da hab ich mir den leisten konnte. Wiko, 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 wiko! So, rauskommen, mitkommen! Ey! Oh, oh, sorry! War extra! Wie oft ist Stefan eigentlich schon gestorben, diese Folge? Papa, das ist halt ne Mistgeburtstag! Ach, komm, da sehen wir uns wenigstens einig, mein Kleiner. Du bist ein Mistgeburtstag! Ich hab schon ein anderes Spiel! Sieben Leben, ihr Opa! Gib kurz groß, groß, Uropa! Mua! 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 Ja, egal. So, komm Kinder, wir gehen mal rein. Warte mal, vielleicht klingeln wir. Vielleicht ist da schon einer zu Hause. Ich hab ja immer noch irgendwo die Hoffnung, dass eure Mama da ist. Aber ich glaub, sie wird nie wiederkommen. Egal. Komm, wir gehen erstmal alle ins Haus rein. Kommt rein! Achmed, den Job als Türsteller kannst du machen, wenn du groß bist. Jetzt komm, ab, rein hier. Zack, so. Da würde ich sagen, oh, guckt euch mal, wie schön das hier aussieht. Was, ein schöner Teppich? Das ist toll! Ja, guck mal hier, hier ist das Wohnzimmer. Sogar mit nem Fernseher. Oh, wala, danke! Ich glaube, wir können Epic-Stan gucken! Ja, da können wir auch Epic-Stan gucken! Wo ist das schön? Guck mal hier, sogar mit Kamin. Sogar mit ner Couch. Warte mal, wie viele... Oh! Warte mal, warum haben wir so viele Couches? Ich hab da hinten... Hier ist ja auch noch ne Couch. Da sind auch noch Couches... Äh, äh, äh... Ich glaube, unser Architekt war besoffener, als er das Haus gebaut hat. Ich glaub, wir haben einfach nur drei Wohnzimmer oder so. Ja, aber... Wir hatten... Oh, krass! Guck mal, Kinder! Das war nach die Woche... Opa, nicht reinspringen! Opa! Ja, wow, jetzt wird das Wasser braun. Opa, komm da raus! Man wäscht sich in der Dusche! Ja, wir drin! Opa, komm jetzt raus! Opa, wo bist du? Ja, ich auch! Raus da! Papa, Papa! So, ja! Meine Wurst ist nass! Komm da raus jetzt! Los! Los! Alf, rauskomm! Marco! Hörst du mal! Ey, Alf! Alf! Ja, jetzt komm da raus! Äh! Komm raus jetzt! Los! So! Marco! Komm mal her, Kinder! Hier hinten ist nämlich direkt die erste Besonderheit! Die hab ich euch noch gar nicht gezeigt! Kommt mal her! Wo ist er sich leider heute heute? Nein, Alf, nein! Das ist das Zimmer von Stefan! Oh! Zeig mal! Guck mal! Boah! Guck mal, hier kannst du ganz gemütlich drin schlafen! Guck mal hier! Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Hier, hier! So bequem! Ja, probier's mal! Ey, warte mal! Wo schlafen die anderen? Geh mal da rein! Ja, geh erst mal rein! Mach's dir mal gemütlich! Alle raus, 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 raus! Alle raus, raus, raus! Schlesapp, Schlesapp! Ey, was macht ihr? Hallo? So, der Junge ist dann schon mal erst mal verpflegt! Hallo? Ich hoffe einfach nur das Jugendamt kommt nicht, aber ich denke mal, das sollte alles passen! Wir gehen jetzt mal weiter rein! Kommt mal rein! Der kann jetzt erstmal da hinten! Ruhe dich mal aus, Stefan, ja? Wir kommen gleich! Ey, warum ist die abgeschlossen? Hallo? So, zack, weiter geht's! Komm, wir gehen mal nach oben, Jungs! Wir gucken mal, wer hier von euch noch die anderen Zimmer kriegt! Habt ihr schon Bock? Schaut mal, hier ist sogar noch eine Couch! Oh yeah! Oh yeah! So, boah, was haben wir denn hier? Das ist mein Zimmer, Shotgun! Äh... Äh... Mit drei Betten? Das war ein Zimmer! Opa, hier sind drei Zimmer! Opa, hier sind drei Zimmer! Opa, hör mal, ganz kurz! Kinder bleiben mal draußen, das ist kein Gespräch heute! Hier sind drei Betten! Warum können nicht meine Kinder hier drin schlafen? Ich brauche meinen eigenen Schlaf, okay? Ich hab so Probleme im Schlaf! Ja, du kannst... Du kriegst ja auch ein eigenes Zimmer, aber... Hallo, viele Frauen! Beste Deutschlands! Wuuu! Äh... Ich glaube nicht, dass Opa noch Frauen hat! Hast du mal an ihm gerochen? Ich hab mehr Frauen als du! Du kennst Spasti! Oh! Fuck! Nee! Was? Dann komm! Dann kriegt Opa das Zimmer, wenn er das unbedingt will! Hey! Noch ne Couch! Ich schau erstmal! Das ist auch mein Zimmer! Nein! 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 Ja, okay, wenn die Jungs hier schlafen... Ah! Warte mal ganz kurz! Ihr wollt hier sicherlich zu zweit schlafen! Ja! Ich kann euch eins sagen! Bis ihr 18 Seiten hier aus dem Haus rausfliegt, kriegt ihr kein anderes Zimmer! Also wenn ihr hier wohnt, dann schlaft ihr immer euer Leben lang zusammen, auch wenn ihr älter seid! Haben wir jetzt ihr verstanden? Ja! 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 Okay, wenn ihr das so wollt! Äh... 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 Ja! Ja! Dann schlaft... Ach guck mal! Wer hätte gedacht! Hier ist auch ne Couch! Dann schlaft ihr einfach hier! Aber ganz kurz! Ihr seid noch viel zu jung! Also Fernseh gucken ist hier noch nicht! So! Mitkommen! Alper! Hast du gesehen was Papa gemacht hat? Mitkommen! Das ist perfekt! Gibt es ein Problem? Ey! Habibi! Warte! Warte! Ich schwöre ich hab nix gemacht! Wo hast du jetzt schon ne zweite Fremdsprache her? Papa! Das war... Ah ja! Raus hier! Raus! So hier! Und äh... Achmed! Ja? Geh mal deinen Bruder holen! Los! Hol mal deinen Bruder her! Aber der stinkt! Hol deinen Bruder her! Und Müll gehört zum Müll! Hol deinen Bruder jetzt! Los! Lack! Steffa! Boah Leute! Was denn Opa? Kannst du mal hier ne Putzfrau holen? Das sieht ja furchtbar aus! Opa ich bin inzwischen erwachsen! Ich kann mich selber um so Sachen kümmern! Wir sind nicht mehr früher! Hol mal ne hübsche Putzfrau hier ran! Papa! Ja! Was denn? Was wollt ihr von mir? Egal! Komm! Du gehörst zur Familie! Ob du willst oder nicht! So! Setz euch mal hier alle an den Tisch! Ich muss jetzt mal kurz was klären! Ich will dem Alp! Egal! Setz dich an den Tisch! Ne! Ich bin sauer! Setz dich an den Tisch! Ich bin sauer! Ah! So! Ich würd mal sagen! Ich ruf mal ganz kurz mal eben irgendeine... Ich hab keine Ahnung wen ich dir anrufe! Erst mal die Auskunft! Egal! Let's go! Kurz kurz Putzfrau! Wir haben der Gustav Schmidt mein Name! Kann ich mir helfen? Äh! Ja! Hi! Ich wollt mal kurz fragen und suchen wir momentan ne Haushälterin oder ne Putzfrau ob ihr da noch irgendwas da habt! Wie viel Euro darf denn gehen? Boah! Ist schwer zu sagen! Also mein Vater hat das ganze Geld versoffen und wir haben halt nix mehr! Also sollte schon echt günstig sein so! Habt ihr da was? Günstige! Ich kann mal nachgucken! Ja Moment! 20 Euro im Monat! Wird die dann jeden Tag kommen oder? Die würde jeden Tag kommen! Richtig! Ist die denn von der Qualität her in Ordnung oder? Nee! Die ist grotten Scheiße! Aber ja! 20 Euro Alter! Schick sie am besten jetzt direkt vorbei dann! Danke! Okay gut! Mach ich! Danke schön! Ja! Ciao! Ich hab jetzt wen erreicht und die Agentur schickt uns jetzt noch ne Haushälterin! Wo ist der Tisch hin? Du mein gegessen! Hey! Achmed! Alperstein! Alperstein! Ah! Ah! Ist ja auch egal! Ah da klingelt schon! Ich dachte schon die kommt wird gar nicht mehr! Ey warte mal ganz kurz bevor wir die Tür aufmachen! Ich bin momentan finanziell nicht ganz so flüssig! Deswegen muss die halt zu dem billigsten des billigen greifen! Also nicht wundern wenn die halt ein bisschen nach Opa riecht oder sowas ne? Das halt kann man nix machen! Aber gut! Äh! Ähm! Äh! Ja! Schatz was machst du denn hier? Gut! Nenn mich nicht mehr Schatz! Ja ähm! Wir sind nicht mehr zusammen! Es ist vorbei! Elisabeth was machst du denn hier? Ja gut! Ich glaub du hast dich verirrt! Ich musste ja auch arbeiten! Ach du bist die die jetzt sauber machen soll oder? Ja genau! Es ist ein bisschen komisch! Hier geht mal in eure Zimmer los! Äh! Geht in eure Zimmer! Was sollen wir jetzt machen? Das ist nicht eure Mutter! Ihr habt euch verguckt! Geht in euer Zimmer los! Geht in dein Zimmer! Ey! Du bist jetzt von der Arbeitsagentur oder was? Ja genau! Ich bin von der Agentur! Einfach! Was ist mit meinem Papa? Ich dachte ihr seid durchgebrannt! Ja! Ja sind wir auch! Ich bin sehr glücklich mit ihm! Aber... Ich muss arbeiten! Du weißt er ist alt und er kann nicht mehr so gut arbeiten! Opa! Ja! Komm mal her! Was? Hier du siehst dich schon! Schon wieder er! Oh liebe Gott! Hör auf! Komm! Es ist ja ein Wunder, dass du so eine App bekommen hast! Ja hab ich ja nicht! Die ist ja durchgebrannt mit meinem Papa! Ja! Stimmt! Die ist richtig geil! Die ist richtig geil! Elf! Ey! Ihr sollt in euer Zimmer gehen! Ihr wisst schon, dass ich eure Mutter bin! Also... Sowas nicht bin auch in zu! Ja! In unserer Familie ist nix normal! Ich merk's! Ja Opa, was sagst du? Was? Du hast die Kinder echt krisch erzogen! Ich sag ich brenne jetzt mit einer Frau durch! Ich war jetzt zwei Tage weg! Mehr nicht! Nee, das klappt... Das klappt nicht nochmal Opa! Das kannst du vergessen! Ja! Ja was will? Egal! Komm erst mal rein! Komm erst mal rein! Oh mein Gott! Ich glaub ich ruf bei der Agentur wieder an! Ich weiß nicht ob ich... Oh Gott! Komm mal mit! Wir haben auch ein Gästezimmer! Mein Sohn! Meine Söhne gucken mir auf den Arsch! Hey! Hallo! Komm mal her! Jetzt mal kurz der Familienversammlung! Hey! Achmed! Achmed! Jetzt ruf! Oh mein Gott! So den musste man einfach stoppen! So stehen bleiben! Stehen bleiben! Das ist immer noch eure Mutter! Ihr könnt nicht... Nein bitte nicht! Selber Schuld! Du hast es in die Welt gesetzt! Ich wollte es auch nicht haben! Das sind deine! Nein! Du hast sie doch geboren! Nein! Damit es klar ist komm mal her! Guck guck! Nachdem wir uns getrennt haben kannst du dir nichts mehr erhoffen! Hier kannst du schlafen! Auf dem Tisch! Ja aber vielleicht will ich hier auch gar nicht mehr arbeiten! Ganz kurz! Juckt es mich? Ah! So ein Ding! Ich hab ein bisschen Angst vor dir! So! Du bleibst jetzt da drin! Und da wisst ihr was Kinder! Geht mal zu eurer Mama! Sagt dir mal Hallo! Kümmert euch mal ein bisschen um die! Ist schon okay! Ich bleib hier freiwillig drin! Ist okay! Und ich würd sagen ich chill ihn jetzt erstmal im Pool! Eine Ewigkeit später! Boah! Ich halt's nicht aus ey! Mit den Kindern! Wie soll ich das jemals... Warum seid ihr... Könnt ihr nicht mal einfach im Haus bleiben? Äh... Stefan? Stefan? Ja? Wo ist dein Regenschirm her? Ähm... Von meinem Zimmer! Opa? Opa? Ja? Warum bist du eigentlich die ganze Zeit hier? Ich bin sicher nicht zu anderen, oder was? Geh in dein Zimmer! Lass mich leben! Du widerliches Schwein! Alter Sack, Alter! Das ist wirklich eure Mama, ja? Ihr müsst sie gut... Warte mal... Elisabeth? Ja! Haha! Geh ins Haus! Warum? Weil das hier eine Familienversammlung ist und da gehörst du nicht mehr zu! Aber ich will schwimmen! Geh ins Haus! Also jetzt echt zum Verständnis, das ist eure Mutter, ja? Ich weiß nicht, ob ihr das schon vergessen habt. Ich meine, das Krankenhaus ist jetzt ja auch schon wieder ein Tag her. Stiefmutter ist erlaubt! Ich habe es nicht gelesen! Stiefmutter ist erlaubt! Stiefmutter ist erlaubt! Das ist nicht eure Stiefmutter, das ist eure richtige Mutter! Ja! Die hat euch auf die Welt gebracht! Hast du Beweise? Ja! Wir waren doch eben noch zusammen im Krankenhaus! Ich glaub dir kein Wort! Ich glaub nur, ich glaub nur! Alter! Du hast ja eh nicht zu glauben, Alter! Komm her! Ey! Tu ihm nicht weh! Was machst du da? Scheiße! Wo bist du denn? Hier! Am Fenster! Geh weg vom Fenster und stalk uns nicht! So und an euch zwei! Ihr haltet euch jetzt hier an die Regeln! Ansonsten werden hier ganz andere Seiten aufgezogen! Haben wir es verstanden? Ich wurde früher oft geschlagen in meiner Kindheit, ja? Wisst ihr was das heißt? Ich schlag euch auch! Also regt mich nicht auf! So und jetzt geht in euer Zimmer und dann gucken wir mal! Und du gehst auch in dein Zimmer! Ich will nicht mein Zimmer haben! Du gehst in dein Zimmer! Geh jetzt in dein Zimmer! Rein da! Rein da! Wenn es unbedingt sein muss! Rein da! Ich hab hier nicht mal im Bett! Nein, komm mal her! Ich muss doch erst mit dir reden! Ja! Wenn du so weitermachst... Töte ich dich noch 10.000 Mal aus! Dann gib mir die auf den Sack! Und ich wollte nur sagen, das war's dann auch mit der heutigen Folge! Wenn es euch gefallen hat, darfst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da! Schaut auf jeden Fall bei den ganzen Leuten vorbei! Und... Oh man! Ich hasse dich, Digga! Ich hasse dich einfach so hart! Wir sind jetzt morgen! Haut rein und macht's gut, Leute! Peace!